Die C-Karte ist eine Regelkarte zur Überwachung für die Anzahl an Fehlern je Einheit oder Teilgruppe. In dieser Lektion berechnen wir die Eingriffsgrenzen, erstellen und interpretieren die Regelkarte. Und damit herzlich willkommen zu dieser Lektion, die im Wesentlichen zwei Lernziele hat. Am Ende sollten Sie in der Lage sein, die Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73% zu berechnen. Und Sie sollten in der Lage sein, dieses Wissen in eine Regelkarte umzusetzen und diese interpretieren zu können. Dazu ist diese Lektion in zwei Kapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel werden wir die Eingriffsgrenzen für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von 99,73% berechnen. Und im zweiten diese Grenzen in die Regelkarte eintragen und besprechen, wie diese zu interpretieren sind. Dieses Bild zeigt den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Merkmalen und den zur Anwendung kommenden Regelkarten. Auf der linken Seite sind die verschiedenen Merkmale dargestellt und auf der rechten die verschiedenen Regelkarten. Die links dargestellten, quantitativen Merkmale können in zwei verschiedene Kategorien untergliedert werden. Erstens die variablen Merkmale. Das sind alle Merkmale, die gemessen werden können. Sie haben immer einen Wert und eine Einheit. Beispiele hierfür wären die Länge, Härte, das Gewicht, die Oberflächenrauhigkeit oder die Zugfestigkeit eines Bauteils. Als zweites gibt es die attributiven Merkmale. Das sind alle Merkmale, die man nur zählen kann. Auf der rechten Seite haben wir mit gelbem und weißem Hintergrund die verschiedenen Regelkarten für attributive Merkmale. Wie man sieht, gibt es sechs Regelkarten für attributive Merkmale. Hier geht es wie schon gesagt um die C-Karte für die Anzahl an Fehlern einer Teilgruppe. Los geht's mit der Berechnung der Eingriffsgrenzen. Beim Bau von zum Beispiel Pipelines oder Schiffen werden Bauteile mit teils sehr langen und vielen Schweißnähten verbunden. Dabei können verschiedene Fehler an der Schweißnaht auftreten. So kann es zu Wurzelbindungsfehlern, Flankenbindungsfehlern oder Poren in der Schweißnaht kommen. Um jetzt nicht hunderte von Metern an Schweißnähten prüfen zu müssen, können einzelne Abschnitte stichprobenartig überprüft werden, um einen Rückschluss auf die Qualität des Schweißprozesses zu ziehen. So könnten zum Beispiel Teilabschnitte von je zwei Metern Länge ausgewählt werden. Ein solcher Teilabschnitt wäre dann eine Stichprobe. Zehn solcher Teilabschnitte wären dann der Stichprobenumfang K. Diese Zahlen sind aus dem Beispiel von der Tabelle auf der rechten Seite. Bei einer Prüfung dieser zehn Teilabschnitte wurden die folgenden Fehler gefunden. Von C1 bis C3 9 mal Wurzelbindungsfehler, 6 mal Poren und 7 mal Flankenbindungsfehler. Insgesamt wurden also 22 Fehler gefunden. Für die Berechnung der Eingriffsgrenzen wird die mittlere Anzahl an Fehlern je Teilabschnitt, also die Stichprobe, benötigt. Dieses C-Quer errechnet sich aus dem Quotienten von der Summe der Anzahl der einzelnen Fehler und der Anzahl der Stichproben. Die 3 vor der Wurzel in der Formel für die Eingriffsgrenzen ist das Quantil der Standard-Normalverteilung für eine Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit von Alpha 1 minus Alpha von 99,73 Prozent, also plus minus 3 mal Sigma. Mit der in der Tabelle gegebenen Werten errechnet sich eine durchschnittliche Anzahl an Fehlern je Teilschweißnaht von 2,2. Mit diesem Wert für C-Quer errechnet sich eine obere Eingriffsgrenze von 6,65 Fehlern für eine Stichprobe. Für die untere Eingriffsgrenze ergibt sich ein negativer Wert. In solch einem Fall entfällt die untere Eingriffsgrenze komplett. Warum wurde die errechnete obere Eingriffsgrenze von 6,65 nicht auf 7 aufgerundet. Durch das Abrunden auf 6 wurde hier ganz einfach die bewusste Entscheidung getroffen, eher in Richtung einer 99 Prozent Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit einer Grenzverletzung liegt dann eher bei einem Prozent anstatt bei unter 0,27. Somit liefert die Regelkarte eher etwas früher bzw. häufiger ein Signal als zu spät. Kommen wir nun zur Erstellung und Interpretation der C-Karte. In der Regelkarte auf der rechten Seite werden auf der Y-Achse die Anzahl der Fehler C einer Stichprobe abgetragen. Die Skalierung der X-Achse ist für die Stichprobennummer. In unserem Beispiel sind dies ja die 2 Meter langen Schweißabschnitte. Als Mittellinie ist C quer bei 2,2 eingezeichnet und die obere Eingriffsgrenze OEG bei 6. Die Werte im Graphen sind die Anzahl der Fehler, die unserem Beispiel zugrunde liegen. Die hier verwendete Formel für die Eingriffsgrenzen ist so ausgelegt, dass die Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit in den Prozess 99,73% beträgt. Das heißt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,73% ist zu erwarten, dass alle Werte zwischen den Eingriffsgrenzen liegen werden. Da wir bewusst das Ergebnis abgerundet haben, liegt diese Wahrscheinlichkeit eher bei 99%. Es ist jetzt auch relativ egal, ob die Wahrscheinlichkeit, dass die Eingriffsgrenze überschritten wird, bei 1% liegt oder bei 0,27%. Entscheidend ist, dass ein solch seltenes Ereignis ein Signal liefert, dass der Prozess möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle ist. Es muss dann die Ursache für dieses Ereignis ermittelt und der Prozess gegebenenfalls nachjustiert werden. So, das waren jetzt sicher eine ganze Menge an neuen Informationen. Deshalb möchte ich zum Schluss die drei wichtigsten Kernaussagen noch einmal zusammengefasst wiederholen. Die Grenzen für die Anzahl der Fehler in einer Stichprobe werden bei der C-Karte mit der Normalverteilung errechnet. Die Nicht-Eingriffswahrscheinlichkeit in dem Prozess beträgt 99,73%. Werte über oder unter den Eingriffsgrenzen sind ein Hinweis auf einen gestörten Prozess, welcher dann gegebenenfalls nachjustiert werden muss. Wenn Sie diese Lektion hilfreich fanden, dann lassen Sie es mich bitte wissen und hinterlassen einen Kommentar. Vielen Dank dafür, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal! Vielen Dank!